Gabi, hast du Job neuen bei Zirkus? Olga, ich hab eine neue Brille. Ach nee, wie findest du die? Scheiße, guck doch mal genauer hin. Scheiße immer noch. Der Optiker meinte, die Brille unterstreicht meine schönen Gesichtszüge. Brille verrät von weitem schon, du bist schocknut, Aya. Was mach ich denn jetzt? Gib ihn zurück. Meinst du, das geht? Wenn nicht, musst du werden hartnäckig. Kannst du mitkommen? Nicht. Wenn du mitkommst, dann verspreche ich dir, dass ich einen Monat lang nicht zu dir komme. Zwei Monate. Okay, los geht's.